Okay, weil wir die letzte Folge so monoton angefangen haben, jetzt mal richtig emotional! Wir sind die lieben Microwavers, herzlich willkommen bei Borderlands 2, bei mir sind der Baldur! Hallo! Der Lupus Nox! Hallo zusammen! Und der Chris! Hallo! Und ich glaube du hast irgendwie ein falsches Verständnis von Emotionen, Junge! Ich bin total begeistert und schieße total begeistert diesen Medizinmann in sein Gesicht! Ich bin so glücklich, ich kann kotzen! Ja dann! Aber Baldur, kotzen ist nicht ein Ausdruck von glücklich! Ich glaube, ich habe es aufgesammelt, ich habe keine Ahnung was es ist! Das Glanzgehen, den hatte ich schon glaube ich! Achso, da ist noch einer am Leben gewesen! Was? Wo? Da ist noch einer am Leben! Irgendwo! Ja da oben, über uns! Da! Ne! Da! Da ist er! Tötet ihn! Los! Da! Da läuft er! Da vorne! Da! Da! Aaaaaaah! Ich glaube der ist jetzt richtig sauer! Da ist noch einer! Wo? Das war ein Vogel! Da oben! Wo? Da oben! Wo? Achso! Ich sehe keinen! Richtschuss! Okay, ich habe ihn erwischt! Oh, hier ist eine Kiste! Eine Dahlkiste! Warum sammelst du eigentlich die Munition nicht auf, die hier rumliegt? Da habe ich nicht gesehen, Entschuldigung! Ich habe gerade nur die Dahlkiste gesehen! Ich dachte, wir wären etwas interessiert! Die anderen machen das auch nicht! Lassen die auch mal alles liegen, ey! Brrrr! Upsi! Hi! Moment! Also, denk dran, alles liegen lassen! Chris nicht helfen! Okay! Ach ne, das war Dei! Okay! Müll nicht... Müll sammelt man nicht auf! Müll lässt man liegen! Wenn ich überleben kann, ist das Überleben nicht wert oder so, ne? Und der ist gerade geslagt! Ach shit! Das muss man gnadenlos ausnutzen! Ich habe da sich meine Waffen gewechselt! Ups! Ach komm, jetzt stirb doch endlich mal! Dankeschön! Siehste, war doch gar nicht so einfach! What? Siehste, war doch wirklich das, was du sagen wolltest? Bist du dir da auch hundertprozentig sicher? Ja! Wo bist du denn? Ah, da! Riesige Säurespore! Typ mit Speer! Wär doch auf jeden Fall mal lustig, wenn die, ähm... Wenn sie hier wie in Animes immer rumbrüllen, was sie gerade machen! Schießen mit der... Schrotflinte! Peng, 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 peng! Ach Gott! Schrotflinte wegwerfen und explodieren lassen! Angriff! Nachladen! Meinen Limmel auspacken und gegen den nächsten Baum pinkeln! Ach, warte kurz! Laufen! Nein! Du musst vor dem Gegner stehen! Warte Sekunde! Ich muss meine Waffe ziehen! Ah, Sekunde! Ich muss eben noch nachladen! Warte mal eben! Ah, verdammt! Da fehlt die Patrone! Ich muss eben noch die neue Patrone reintun! Wir müssen hier lang! Hallo! Hank, lass halt die Klappe! Ich will gucken! Aber da ist Munition! Wuuuuh! Ich kann das Schiff sehen! Ui, da hat das Mikro ein wenig übersteuert! Okay! Lass die Elite-Kämpfer los! Welches? Meins? Das ist der Elite-Kämpfer! Ja, nee! Von hier in Akama! Die Elite fritten! Akama na Maya! 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 Lasst mir die Elite fritten! Maya! Erzähle! Ey! 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 Endlich hat der Chris auch mal Level 38! Ey! 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 Er ist halt von der langsamen Sorte! Achso, ja dann! Der ist halt manchmal ein bisschen langsam, ne? Für die einen ist es Chris, für die anderen die längste Leitung der Welt! Was? Genau das habe ich gemeint! Sooo! Da ist der... So, jetzt sind wir gleich beim blutigen Schwanz! Was? Blood-Tails! Äh... Blut? Einfach nur Tails, nicht Tails! Tails sind mehrere! Ne! Da steht Blood-Tails! Ja! Begib dich zu Blood-Tails Bau! Es ist genauso, wenn ich sage, ich fahre jetzt zur Baldur's nach Hause! Zu Baldur's Zuhause! So rum! Na, Baldur's! So heißt der... Ey! Baldur's! Ich weiß wo dein Haus fuhr! Baldur's! Baldur's! Schick den! In Krippmund! Äh... Leute... Hallo! Ja? 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 Ja, ich warte drauf, dass da hinten die zwei Pappnasen endlich kommen! Er hat ein Vorbild am Arsch. Also damit würde ich zum Arzt gehen. Ne, wenn andere es geil finden. So. So. Geschütz raus. Welches Geschütz? Dein Geschütz. Da ist er, da ist er. Oh, das sieht so nach Kamehameha aus. Das sieht so nach Schwertod aus. Hä? Ich habe gerade scheiße gedroppt. Wo ist die denn hier? Die liegt da, das ist aber eine grüne. Mehr liegt da nicht. Nee, gar nicht. Blöd. Seltsam. Ich bin ja deprimiert. Nächste Quest. Yo, 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 yo. Nächste Quest. Yo, 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 yo. Schleichwerbung. Ja, krass. Toller Weg. Nur für Kenner. Locke den hungrigen Barock an und erledige ihn. Hast du keine Quest hier in dieser Ebene? Jetzt müssen wir schon wieder woanders hinrennen. Ne, wo sind wir hier überhaupt? Can't last crack. Barock. Weil jetzt müssen wir wieder ganz zurück zum Anfang. Das ist doch kacke. Ja, doch hier. Große Füße, bitteschön. Wir müssen schon wieder bis ganz zum Anfang. Das ist immer noch am Anfang. Das, ja, schön. Aber ich hab die oder die Hauptquest. Sonst ist hier nix. Würde ich ja schon glatt sagen, das Hauptquest wird er machen. Nein. Nein. So. Und die Hauptquest ist? Wird mir ganz lange gezeigt. Ganz woanders, ja. Ja, hier. Ja, so. Große Füße. Große Füße. Aldo steht auf große Füße. Nein, aber das entspricht der Alternative, die Lupus unbedingt haben will, weil er ja so eine faule Sau ist und nicht hin und her laufen will. Ich denk da nur an unsere Zuschauer. Das war jetzt stinkend langweilig. Da rennen wir jetzt wieder hin. Das nächste Mal rennen wir wieder zurück. Dann gehst du halt hin und stirbst ein paar Mal und dann ist es nicht so langweilig für die Zuschauer. Genau. Stürb mal bitte, Lupus. Der stirbt nicht so oft. Wenn es stirbt, die ja da dauern. Borgi, sterben. Los, mach schon. Heute noch. Ja, mach ich ja. Ich glaube, das muss jetzt mal zum Eingang rennen. Das dauert ein bisschen. Stürb bitte leise. Ich glaube, Lupus mag mich nicht mehr. Lupus. Lupus. War nur nur Spaß. Wir sterben. Ich glaube, Lupus. Was denn? Lupus kriegt bei nächster Gelegenheit Whisky aus. Alles nur Spaß, Junge. Ja, ja, ja. Alles nur Spaß. Alles nur Spaß. Alles nur Spaß. Verreck endlich, du Arschloch. Halt doch die Fresse. Wir sind halt so witzig heute, ja? Total witzig. Total. War witzig. Jetzt mischt er sich da vorne auch noch eine, ey. Ja, genau. Der Penner. Halt du dich da raus. Wir sind gerne alleine witzig. Ja? Finde die Spur. Finde die Spur. Jetzt müssen wir Jana spielen oder was. Spundi. Spundi. Ja, die sind halt Jäger, ne? Aber ein bisschen Spuren lesen. Ja. Aha. Oh, die hat mir echt nix aus hier. Keine Spur. Keine Spur. Keine Spur. Keine Spur. Keine Spur. Zertrümmern. Keine Spur. Keine Spur. Keine Spur. Keine Spur. Zertrümmern. Hm. Oh, das ist schon wieder so ein komischer Skorpionverschnitt. Ja, der ist ja geplatzt. Ein Cellion. Das ist ja widerlich. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier die Spuren sein sollen, aber es wird auch eine Explosion sein. Das ist schon erstaunlich. Oh, 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 und tot. Da liegt er auf dem Boden. Da liegt er. I'm coming. Hm, faszinierend. Das war jetzt nur durch die Säure von dem Skellion. Hey, wir sind aus dem Questbereich raus. Ja, da bin ich ja wieder rein. Ich wollte mal Jungen irgendwie langen. Ja, da geht's nicht lang. Ich hab schon gehört. Achso, das ist natürlich doof. Warum sagst du das nicht gleich? Hieroni Mui! Boah, bei ihr so schön den Baidu am Ritten wart. Also, ich hab die Spuren gefunden. Ach, echt jetzt? Wo? Da. Direkt vor meiner Nase. Ich glaub nicht, dass das die Spuren sind. Doch, sie sind in zwei Reihen und sie sind sehr spurig. Jo, das sieht wie eine Spur aussehen. Warte mal, die hier, die Spur, die leuchtet. Ich glaub, die müssen wir zerstören. Ja, da leuchtet was. Entdecken! Ich hab sie gefunden. Das war die falsche Spur, ja. Ja, obwohl, die soll ja eigentlich dreieckig sein, ne? Die Spur. Ja, fünf Ecken, aber... Ja, dann haben wir hier schon die weitere Spur gefunden. Hier, da, die hier. Oder? Ja, aber da hinten war eine, die hat geleuchtet. Naja, das ist wahrscheinlich so die Anfangsspur. Der Lupus ist ein toller Spurenleser. Spurenleser. Da brich jetzt einfach nur die Spur nicht. Da brich jetzt einfach nur die Spur nicht, der hier laufen. Gooooh, fuck yourself, fuck yourself. Da-da-da-da-da-da. Ich töte dich, weil du hässlich bist. Na-da-da-da-da-da. Hey! Boah, ich liebe diese Kanonen, ey. Nix cooleres als Flardorf-Maschinengewehre. Die schießen einfach so unglaublich schnell. Uup. Uup, uup. Einfach mal draufhalten, man trifft schon irgendwas. Uup. Er hat was Blaues getrobt. Wo ist es? Was draus geblobt? Ja, er hat was draus geblobt. Genau. What? Ich regeneriere Munition. Könntest du aber mal schneller machen. Also bei den Fußspuren frage ich... Ich regeneriere Munition. Bei den Fußspuren frage ich mich aber ehrlich gesagt, wie das Vieh eigentlich läuft. Das ist ein Fußball. Auf zwei Beinen, oder was? Würde mich in dem Spiel nicht überraschen. Ja, das ist wohl richtig. Da ist eine Königin. Ja, und? Dann heirate sie. Vielleicht wirst du dann hier... Ja, ich erschieße sie lieber. Vor die Königin. Lalalalalala. Läub auf die Königin. Spring auf die Königin. Alle auf die Königin. Uh, da war... Massakergewaltigung. Da war eins. Kihi. Ist doch spitze König zu sein. Hm, ja. Und wer weiß, aus welchem Film das ist, bekommt vielleicht einen Keks. Achso. Und die Spuren gehen eine Klippe hoch. Aber keinen Rosinenkeks. Ja, ja. Das überlege ich mir aufgrund dessen, wer es war. Das ist wirklich ein Rosinenkeks. Rosinenkeks. Den Skin habe ich schon. Will den einer. Aber die gehen doch hier runter, die Spuren. Wollen wir den sonst nehmen? Hier, da komm zu mich. Komm zu mich. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich fahre das mit da, bitteschön. Komm du mich. Holen. Holen. Hol du mich, mein Kapitan. Cool. Nimm's dir. Los. Gab's. Nimm's. Nimm's in den Mund. Was? Äh, ja. Nimm den Skin in den Mund. Äh, Moment. Ich glaube, wir laufen falsch. Wir laufen falsch. Sag wer. Quatsch, wir laufen genau richtig. Lauft weiter. Lauft weiter. Die Klippe runter. Balot kann keine Spuren lesen, ey. Ja, wenn hier Spuren wären, könnte ich sie auch lesen. Mann, da hinten waren welche. Boah, du bist echt. Big Pluff. Ich glaube, wir sind richtig. Ja, wir sind richtig. Oh, fisch. Einfach verpumpfisch. Probiert mal hier mit. Quit, 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 quit. Mega, quit. Das ist wahrscheinlich der große Bruder von, äh, große Bruder von Blue, ne? Das kann natürlich sein. Äh, might be. Okay, jetzt hat er nur noch ein Bein. Kannst ihn ja mal fragen. Ist ja heiß, ey, 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 ey. Kopf, auf den Kopf. Da sind noch das Teile. Wirklich gut gekämpft. Wirklich gut gekämpft. Klons. Tschüss. Wirklich gut gekämpft. Wirklich gut gekämpft. Wirklich gut gekämpft. Wirklich gut gekämpft. Schwierig. Hm, nee. Oh, hol nur. Was denn? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Will ich jetzt sagen? Eine Pistole. So, ähm, jetzt haben wir hier nur noch die Hauptquest. Juhu, die Hauptquest. Hauptquest. Ansonsten, äh, auf nach Hunter's Grotto oder sind noch vier Stück? Hauptquest. Hauptquest? Ja, nee, mir ist eigentlich wurscht. Wir können auch die Hunter's Grotto-Dinger erstmal machen. Also, wir können ja auch sonst vorstellen, dass wir vielleicht danach wieder zurückkommen zur... Bitte. Das kann gut sein. Dann machen wir es mal so. Dann machen wir hier erstmal Nakayamas dort. Nakayama-Rama. Angeblich so böse, böse Wicht. Ja, ja, der so total böse mit seinen absolut unbesiegbaren Kriegern. Oh, Moment, das war jemand anders. Falsche Film-Sekunde. Hä? Also, naja. Hä? Ne, wenn ich da jetzt runterspringe, sterbe ich. Ja, dann spring runter. Meine Kiste, meine Kiste, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Meine. Du wolltest doch runterspringen, hast du gesagt. Warte. Äh. Da ist eh nur Scheiße drin. Ne, da sind Waffen drin. Scheiße sieht anders aus. Boden, fang mich. Hab ich mir sagen lassen. Äh, bist du mein Freund? Also, ich weiß nicht, was ihr habt. Das Zehntausender-Schild ist nicht schlecht. Geronimo. Wie du sagtest, es ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Der lebt noch, ne? Ich weiß, aber ich musste nachladen. Oh, da leben noch ein paar andere. Du bleibst am Leben, weil ich musste nachladen. Um eine alte, ältliche Redensart zu bemühen. Booyah! Booyah! Das habt ihr aber schwer von Kim Possible geklaut. Naja, irgendeiner muss doch noch die Geschichten erzählen, dass wir alle umgebracht haben. Also müssen wir doch einen am Leben lassen. Dumm nur, dass Kellians nicht reden können. Irgendwie müssen die ja miteinander kommunizieren. Park, 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 park. Oh, geh doch einfach sterben. Himmelsakrament. Habt ihr eigentlich mal mitbekommen, dass es von Lilo und Stitch, der Zeichentrickserie, und Kim Possible einen Crossover gab? Ja. Das ist Disney. Okay. Ja. Das interessiert uns, warum. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Gibt's eigentlich von Kim Possible auch eine Pornoparodie? Mit Sicherheit. Regel 34. Genau, Internetgesetz. Ihr wird Internet gesetzt. Regel 34. Wenn es existiert, gibt es Pornos davon. Das ist richtig. Du weißt doch, Internet ist voll Porn. Internet ist voll Porn. Grab your dick and double click for Porn. Porn, Porn. Ich liebe diese Sonne. Das glaube ich dir. It's like I'm traveling with the speed of light for Porn. Why do you think the Internet was born? Porn, Porn, Porn. Da gab's mal so'n lustigen, mit so'ne... mit World of Warcraft nachgemachten... Ja, das, das, das war halt echt super. Da war so geil, da wurde so... Also, aber man kann doch so viel anderes machen. Du hast doch das und das gemacht. Und diese schöne Geburtstagskarte. Genau, du hast... Das meinst, was er da nachgemacht hat. Ready, normal people? Ready! 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 And you sent me this funny birthday email. Yes, I did. And what do you think they did? After? No! Ja, ja. The Antinence for Porn. Rota Vampirmedizin, Mann. Äh, ich schieß einfach mal. Äh, mal einfach nur reinhalten. Irgendwas triffst du schon. Ach, wilder Krieger. Rota wilder Krieger. Peace off! We don't need you here. Peace off, Höchstens, ey. Nix hier, please. Alter, was ist das denn hier? Medizinmann mit Laserkanonen oder was? Medizinmannversammlung. Super. Hab ich nicht? Andale, andale. Der Medizinmann, sich mal bitte zusammenreißen. Warum? Weil's geht. Saubere Arbeit. Du wusstest, ich gerade. Hm. Äh, ist ein Granatenmord. Aha, aha, aha. Nee. Geht er mit dir schon wieder ab? Hahaha. Kommuniziere mit der Explosionsspur. Ah, nee, ist das eine Feuerspure. Die macht das. Hahaha. Hahaha. Ja, wenn du meinst. Da ist ja nicht schlecht, wenn du kein Pornos während der Aufzeichnung gucken würdest. Hahaha, haha, 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 haha. Wo seid ihr denn? Äh, in das Maul reingelaufen. In welches Maul? Von dem riesigen, äh, Skelettkopf. Fisch. Himmel. Frosch. Oh, warte mal, da ist, hier ist noch eine andere Quest. Das ist ja ekelhaft. Wer macht denn sowas? Wir haben gerade irgendwas getötet für eine andere Quest. Quests in Spiele reinbauen. Ein Paar von irgendwas töten. Ich hab nicht mehr, konnte nicht mehr sehen, was da stand. Irgendwas, irgendwas töten. Töte alles. Ja, das ist ja nichts Neues in dem Spiel hier. Dass du irgendwas töten sollst. Krieg man es ja hin. Hä? Oh, cool. Oh, da ist schon wieder so ein Lasermediziner, ey. So, Folge aus. Hier ein Mediziner, der sich selber heilt, indem er die Lebensenergie abzieht. Na, Lenski, wenn's euch gefallen hat, lasst uns ein Däumchen nach oben da. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch das nächste Mal wieder begrüßen dürft. Wenn es alles, Baller Lens 2 mit den Microwavern. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski. Ciao. Tschüss.